Hey, ich bin Chris von dem We Are Nerds und wir spielen heute eine Runde Bizarre Barber und dabei geht es natürlich darum, die Haare zu schneiden, sich selbst, nein, anderen Leuten. Und das ist ziemlich cool, denn in der Quarantäne muss jeder wissen, wie das funktioniert. Und deswegen, let's go! So, da kann es auch beginnen. Ihr seht hier, ich habe schon die ersten zwei Abschnitte geschafft. Ich war schon ein sehr, sehr, sehr guter Friseur. Und jetzt geht es weiter mit der nächsten Strecke. Und die habe ich auch schon ein paar Mal versucht, muss ich sagen, und nicht geschafft. Deswegen, also jetzt wird es ernst. Ich bin mir dran gewöhnt, das Ding zu halten. Okay. Nice. Es sieht vielleicht so einfach aus, aber ich muss mich die ganze Zeit auch anstrengen, mich aufsehen, in den Kopf zu schneiden. Dafür gibt es nämlich Abzüge. Und ich habe es natürlich auch schon ein bisschen gemüht. Bei mir sieht das leicht aus. Aber diesmal bin ich gut. Verpasst, okay. Aber die haben wir. Das für Haare, Leute. Oh, ja. Ach, da geht es aber niemals alle weg. Oh, ha. Den habe ich mir in den Kopf geschneiden. Ach, schon wieder. Das ist ja saueng. Und ich muss halt wirklich aufpassen. Aber zum Glück war ich vorher ganz gut. Oh, nein, nein, nein. Jetzt kommt erst diese Stelle. Dann war ich doch noch nicht so gut. Aber mehr schaffe ich an der Stelle nicht. Zumindest nicht gut. Also ich schaffe es jetzt nicht, nochmal hochzugehen. Wie soll ich das dann ordentlich machen? Na ja. Nein! In den Kopf geschnitten. Mach ich nicht. Ja. Oh, nein, 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 nein. Ich habe gleich verloren. Nein, ach, ich habe verloren. Oh, das ist aber auch schon schwer hier. Mann. Okay. Das kriegen wir hin. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Ich hoffe, das ist nichts. Muss schon gezielt sein. Was ist das? Oh, fuck. Und sofort in den Kopf gestochen. Ja, aber das hier funktioniert noch. Guck, da wird doch die Leiste voll. Da oben hier. Kombo, Kombo, Mombo. Oh, freu. Ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck! Okay. Nein! Oh, fuck! Jeder bekommt hier nur noch halbe Haarschnitte. Amazing! Oh, fuck! Wow! Das war nicht so schlecht. Ja, das läuft doch heute. Aber es wird noch schwerer. Ah, fuck! Diese Haare hasse ich. Ja, ich hasse deine Haare. Ich kann nicht beide schaffen. Oh, fuck, fuck, fuck! Okay, hier kommen wieder normale Leute. Endlich wieder normale Leute hier. Die Haare sind so schön! Oh, ho, ho! Oh, was das? 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 Wie lange soll das Level noch gehen? Oh fuck! Geschafft, geschafft, geschafft! Yeah! Spaghetti! Nice! Dünnes Haar mag ich gar nicht, aber komm, das versuchen wir nochmal. Oha! Ich bin bereit. Was ist das? Seid ihr Haare? Wow! Wie geil ist das denn? Hey, das Power-Up mag ich. Das ist ja geil. Nice! Okay, hier komm ich! Wow! Ja! 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 Und das ist ja geil! So, wie geht es denn? Ah? Was sind das denn für Dinger? Voll keine Haare, Leute! Oh, noch was Neues, noch was Neues, noch was Neues. Ne, wieder das. Oh, da ist so ein Harry unterwegs, wie soll ich den denn schaffen, das ist ja ein End-Boss oder was? Oh, da ist ja ein End-Boss. People think I'm eccentric or strange, the opposite of free-range. I'd rather stay in my shell. I try not to get over-excited, cause I'm very near-sighted, and clumsy as well. You might find it funny, but it's no yoke to me. If I don't want to enter the world, I have to live very carefully. Okay, geschafft. Nice. Ihr habt das Spiel gesehen, ist ein cooles Spiel für zwischendurch mal. Diese Mechanik mit dem Schere-Schneiden, die macht Spaß. Manchmal funktioniert es gut, manchmal nicht so gut, aber das ist für mich auch Teil der Erfahrung. Also, wenn ihr Bock drauf habt, schaut euch das Spiel an. Ich bin Chris, haut rein. Ich bin Chris.